meinsen zu einer neuen folge von dragon quest builders diese paralyse schwindet danke viel besser wollen wir zuschlagen für die ganzen hölzdinger so könnte mir hier was bauen wird kindchen hier basteln jetzt unbedingt ich habe jetzt die axt des todes so jetzt kann ich jetzt mal aufhören mit vibrieren damit diese ganzen blöden fischer ich wollte ja noch zwischendurch wir müssen erst mal die arznei herstellen bevor wir zu den gehen können schubst du mich einfach in solche blumen und dumme missgeburt ich hätte nie gedacht dass mich mal so status verändern so aufregen kann ich nehme noch mit okay das wird mal so was haben wir denn da schön ist aber eine riesengroße blumen mit durch sind nämlich jetzt auch wenn ich denke denn dann sage ich winke winke und gut bei denn da drüben an der fan lampe ist auch schon die nächste pp für mich frei das sagt über charakter gar nichts aus sonst haben wir ja was willst du jetzt hallo ein mensch kreidebleich du bist mit der seuche angesteckt du dich hast allerhand das sei von einem hellgrün zwerg ha spitz deine zunge spitz deine zunge ist aber was ist ist es das hier richtig führt ein großer angler du suchst wie ein großen angler du gefunden hast grün hinter den ohren höchstens du bist vergib mir mensch was falsch es von mir ist dein bizarres äußeres zu verspotten dir beibring wie man angel herstellt ich werde zur wiedergutmachung doch zuerst meine bitte du anhören muss vor einigen tagen einen dicken fisch ich fingen größer als ich größer ich als er war größer als ich er war so aber großer zonen in ihm wohnte mir löcher in die wände erschlug als ich die ange einholte aber durch löcher in meine wände andere wichte werden sehen wenn ich angler anstatt zu arbeiten ausbössern meine wände du musst damit die damit in frieden faulen sie nicht kann aber ich kümmern bin mün 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 Gute Arbeit du geleistet hast. Angeln nach Herzenslust ich nun kann, ohne von den anderen Wichten erwischt zu werden. Also Mensch, selbst versuchst du es möchtest, helfe ich mir, nicht kann, aber irgendwie sympathisch du mir bist, Junge. Angelkumpel wir nun sind. Hm, doch bring, wie man eine Angel baut, ich dir zuerst noch muss, äh, dann ich nur dann ein Angler du sein wirst. Das ist so eine Yoda-Anspielung. Okay, jetzt kann ich eine Angel bauen, danke. Ah, mein Angelkumpel kehrt zurück, wie gefällt dir dein Leben auf der frischen Seite, hm? Ein paar Tipps, ich dir vielleicht sehen muss. In den Angel kurz unterwiesen, ich dich will, einverstanden du bist, äh, wenn ich mal vorher mal einen Schluck trinken darf, weil mein Hals gerade ein bisschen trocken ist. So, dann unterweise mich mal, mein Meister. Nicht viele es wissen, aber wirf deine Angel an die Küste der widrigen Wildnis aus, dann viele interessante Dinge du fangen wirst. Kabeljau du fangen kannst und ein toller Fang sie sind, äh, voll mit ungläubigem Öl sie stecken. Ein Wunderwirkung gegen Lähmung ist besitzen. Wenn du Paralysen und Räuberraupen, die mit ihrem Gift das Leben schwer machen, dann einen Kabeljau du fangen musst, hm? Und denk dran, mein Freund, beim Angeln du auf dein Glück hören musst. Läuf deine Angel aus und wenn du etwas anbeißt, alle deine Macht du nutzen musst, um sie einholen. Aber das Wichtigste ist zu angeln. Was? Aber das Wichtigste ist zu angeln. Zu angeln und nochmals zu angeln, mein Angelkumpel. Ja, okay. Das wollte ich jetzt nicht... nein ich würde mich auch nicht hinsetzen danke gegenstände ja gut das passiert wenn ich dich hier die ecke hinsetzen dann machen wir es einfach so ich will sein haus nicht zerstören deswegen ich muss irgendwie rauskommende ok oder sein sind seine angelstube ich meine er kommt von hinten selber nicht mehr weg so habe die jahre damit kann ich ja manche lebungen lösen und jetzt kann ich endlich angelt es freut mich ich habe jetzt gerade keine lust mit dem vier zu spielen sorry wir sind ich nehme noch mit ich nehme noch jetzt bin ich kann noch alles mit uns zu kriegen geh weg damit ja ja da muss ich grüße haus was ich nicht aufkriege weil ich noch keine stöße habe ich vielleicht irgendwann mal ich glaube aber einfach nur noch zurück geh weg aber heilung kann man immer mal mitnehmen na wie fühlt man sich so wenn man nicht trifft schon gut blöd ne äh irgendwo war doch hier das ding bin ich würde zu weit gelaufen ach da haben wir es okay so ich hätte doch einfach so eine scheiße schilder benutzen fällt mir gerade ein aber ne ne ja ich wollte mir kein reden läch dich hin ich habe ob es gab jetzt habe ich da mal eine zweite ansteige wo da steht wie lange ich live bin und wie lange ich aufnehme das kotzt mich schon an weil ich immer auf die erste zeit gucke und da steht immer 00 ich denke wo ich nehme dich auf so so der kabel oder andere dies dann drüttel das gut ich werde es bei einer angel haben ne ich will gegenstünde heute nicht wollen ich 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 wollen nicht können wir brauchen die brauche ich nicht so erst mal ordnen ja so erst mal bauen wir uns ne schöne angel marzling ne da freut sich schon mal der erste oh hallo schigo du hast also diese angel für mich gebaut wie hm 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 ja 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 dann hast du toll gemacht ja jetzt können wir angeln gehen hurra was warum ich mich nicht mehr freue äh gradius hat mir erzählt dass es äh bauer bis also gelten die hier nicht für dich aber wenn wir normale leute das dorf verlassen werden wir nur wieder krank das das ist einfach zum heulen ich wollte doch nichts weiter als mich zu entspannen und angeln zu gehen schniff weißt du was chico schluck behalte die angel einfach so hast du wenigstens ein von uns etwas davon zieh los und fang einen dicken fisch um mich hörst du schluck 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 heu 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 ich war doch langsam wach also von daher ich bin zufrieden so 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 zu so 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 Schiko, dann die, dass ich jeder, achso, wenn ich eine Stärke habe, Schiko, dann die, dass ich jeder Lage etwas Gutes abgewinnen kann. Gott, was war das gerade für ein Satz. Und es ist schlecht, sich, ähm, ich kann nicht mehr lesen. Und so schlecht sind wir gar nicht dran. Immerhin hast du sogar eine Angel. Wer eine Angel hat, kann fischen gehen. Und wer fischen geht, der muss nicht hungern. Was sagst du dazu, Schiko? Kannst du mir ein paar heftige Fische fangen? Was sollte dieser Blick? Dir steht der Ausruf, auch das noch, geradezu ins Gesicht geschrieben. Ich wollte ja selbst eingehen, aber diese komische alte Kauze lässt mich nicht aus der Siedlung. Kannst du mir einen Gefallen tun, bitte? Du musst nur mit deiner Angeluschen und fünf Sardinen für mich fangen, habe ich gerade gemacht. Ja, du hast prima, äh, schnell, 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 los, gib sie mir schon her. Da hast du. Aber sieh nur, das ist die sanfte, schimmende Schuppen an, das ist hellen, klaren Augen. Die Karm, das Karminen, roten Kiemen, achso. Du hast ein guter Auge für Fische, Schiko. Die Kleinen sehen zum Anbeißen aus. Also gut, heute feiere ich mein ganz persönliches Fischfest. Ich werde sie alle alleine verputzen, einen nach dem anderen. Hoffentlich passe ich nicht. Ernsthaft? Ich will nicht mit der Reni, ich will was kochen. Ich will geträumt sein. Lass mich doch mal was kochen. Bauen, danke. Ach, Sardinenspiels. Ich will mal, da will Wasser, da will das. Achso, hier. Ach, Schiko, du bist zurück. Sag, hast du den Ausgangsort zur Lähmung und Krankheit gefunden? Was? Der Infektionsherd war ein Nest voller Räuberraupen? Hm. Wenn die Räuberraupen dahinter stecken, dann könnte es sein... Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Wenn das Gift aus dieser Weise wirkt, könnten wir diese Reaktion der Art katalysieren und die Werkstoffe, die andere, neutralisieren. Aha. Ich habe herausbekommen, wie die Paralyse sich ausbreitet und folgleich ein Heil mitentwickelt. Lass mich es dir erklären. Hm, hm, hm. Wie bitte? Du möchtest wissen, wieso ich mit dem Arm gerodert habe? Das gehört zu meinen Denkprozessen. Gerade du solltest dafür eigentlich Verständnis haben. Weißt du etwa nicht, wie belämmert das aussieht, während du etwas baust? Oh, recht hat. Geil, jetzt kann ich von denen auch schon mal welche herstellen. Dann kann ich nämlich denen auch helfen. Vollmondring, ne? Eine den namensgebenden Himmelskörper ähnliche Imperiale sieht diesen Feind. Schützt vor Lähmung. Okay, was brauchen wir denn dafür? Für prickelnde Pillen. Kabeljahre. Cool. Sie sind ja gerade alle in der Küche rumhängen. Ja, rede nicht so viel, danke. Ich bereite mir halt selber was. Ich habe mich ja leicht verarscht. So, jetzt haben wir den hier schönes. Das kann man noch mitnehmen. Das gehört alles hier nicht rinnen. Du auch nicht. So, wir können jetzt angeln. Das heißt, dass wir jetzt ein bisschen angeln müssen. Yay. Hurra. Bitten haben wir noch mehr als genug. Und der eine braucht mal Schlaf. Der andere braucht... ... ... ... ... ... Und wir haben schon so 20 Minuten. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.